hallo und herzlich willkommen zu diesem video ja heute geht es um rambo aber nicht nur darum sondern auch 4k von alten filmen oder hessischen steelbooks und ja los geht's an dem intro viel spaß ja ich habe schon gehört am anfang es wird jetzt ein paar mehr themen hier in diesem video geben zurzeit ist ja gerade rambo 1 bis 3 in 4k oder uhrd blu ray erschienen und ja da habe ich gedacht stellt sich mal so die frage lohnt sich das ja ganz genau lohnt sich das weil ja es gibt jetzt vermehrt ältere filme die jetzt auf uhrd 4k sagen wir mal gemastert werden oder neu ja 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 neu gemacht werden sozusagen und wieder neu veröffentlicht werden ja ja und lohnt sich das wie gesagt hat das 4k bild ist das wirklich viel besser bei so alten filmen weil wir wissen jetzt die neuen filme werden gleich mit 4k aufgenommen oder in 2k und das wird dann hochgerechnet und so weiter gibt es halt mehrere techniken und so ein altes film war ja ein analoges bild signal sagen wir mal so es war analog wurden diese filme aufgenommen beispiel von rambo 1 zum beispiel wurde analog aufgenommen und wie gesagt bringt das was lohnt sich das jetzt in 4k genauso gibt es wieder hessische steelbooks diese in diesem zuge veröffentlicht haben darüber möchte ich noch reden wie sagt alte filme und wir reden natürlich wie ist das bild weil die dvd hat davon vielleicht profitiert vielleicht aber auch nicht das erfahren wir gleich noch ja das wollte ich so allgemein ein bisschen ansprechen und als erstes fangen wir mal an über die veröffentlicht zu reden rambo 1 bis 3 ist die erschienen von studio kanal jetzt letzte woche und es gibt davon drei steelbooks die bin ich hier mal ein und es gibt ein urd ist die book wo alle drei teile jeweils die urd und die blu-ray drin sind ja ja was gibt es dazu zu sagen die sind natürlich alle sind wir mal ganz ehrlich meine persönliche meinung wieder potten hässlich ja also die sehen wirklich was ich dabei schon wieder gedacht habe ich kann es nicht verstehen ja irgendwie so ein künstler arrangiert der irgendwelche bilder gemalt haben die absolut scheiße aussehen wenn man sich die error race dagegen anschaut hier ich blende die mal ein die ein wirklich absolut geniales motiv haben was übrigens auch auf den disk drauf ist ja richtig cool wieso man das wäre noch mal so richtig geile steelbooks geworden so schön in diesem schwarz gehalten dieses geile diese geilen bilder oben darauf gesetzt sage ich jetzt mal fertig nein dann macht man da so einen hässlichen scheiß ich kann es beim besten will nicht verstehen das ist erstmal so meine erste sache könnten wir können gerne unten in den kommentaren diskutieren wie findet ihr die steelbooks würde ich gerne mal wissen wie sagt ich habe mir davon kein einziges gekauft weil geht gar nicht ja ich glaube dass urd steelbook ist vom preis her ganz okay das kann man sich holen wenn man die filmen wirklich unbedingt alle haben will hat man sich für einen guten preis sage ich mal in einer in einer in einem steelbook aber wie sagt das steelbook ist auch es geht noch das ist noch annehmbar aber ja okay das schon mal das erste das zweite was ich darüber reden wollte ist ja wie ist das bild denn überhaupt reden wir mal über das bild die ganzen unterschiede ich habe noch diese andere box ich habe jetzt leider gar nicht hier gerade zur hand gehabt diese blu-ray box diese diese digibook wo halt eins bis drei drin waren das war meins was ich noch hatte und ich habe das bild jetzt mal so ein bisschen ich habe den ersten teil habe ich jetzt durchgeguckt also jetzt so auf der urd und in die anderen beiden nur reingeschaut wie gesagt da ich selbst ja noch gar kein urd player habe habe ich das beim kumpel gemacht wie gesagt ich werde mir jetzt ja demnächst auch schon urd-filme kaufen weil ich werde demnächst nämlich auch meine ganze technik wechseln neuen fernseher und so weiter aber das wird erst so anfang nächsten jahres so denke ich mal wird das bei mir sein aber wie gesagt das muss ich zum kumpel haben dort den ersten teil geguckt und in den zweiten kurz rein geschaut vorher habe ich bei mir noch mal kurz die blube die alte und und jetzt die neue mal reingelegt und das mal ein bisschen zu vergleichen und ja mir ist aufgefallen dass so halt von der schärfe also erst mal das bild wurde übrigens neu abgetastet man hat das original analoge bild genommen das neu abgetastet ohne filter glaube ich soweit ich mich richtig nachgelesen habe und dann die 4k davon erstellt also die urd und von dieser urd von diesem material denn nachher dann die blu-ray und dvd wohl erstellt hat so wir wissen urd hat natürlich ja mit hdr und so weiter neue farbfilter neue farbräume die man darstellen kann und meiner meinung profitiert der film ein bisschen davon weil die original blu-ray an sich war ein sehr kaltes bild ja der film spielt ja da auch nur in diese berge sagen wir reden jetzt erstmal nur über den ersten teil und er hat ein sehr kaltes also kalt ist ja bläuliche farben sage ich jetzt mal bild auf jeden fall und das merkt man so ein bisschen der ist ja war okay war gut aber wirkte doch ein bisschen kalt und blass und der neue die neue blue ist jetzt sehr grün meiner meinung nach und für mich also ein bisschen wärmer hat das ganze bild aber für mich ein bisschen zu grün stich ich meiner meinung nach also das ist schon also wenn man so direkt erst die blu-ray rein schiebt und dann am besten vielleicht sogar mit zwei fernsehen nebeneinander dann merkt man das doch schon sehr deutlich stören das ist jetzt vielleicht nicht wenn man den film jetzt so ein die alte blu-ray schon lange nicht mehr gesehen hat und die neue dann fällt es eigentlich so auf das ist das so normal aber wenn man das wirklich direkt miteinander vergleicht dann fällt es doch schon deutlich auf dass der andere film sehr kalt ist und der neue jetzt sehr also die blu-ray sehr ins grünliche geht ja das ist immer so der erste unterschied und wenn man sich denn jetzt die urd 4k anschaut dann haben wir im bild das so nicht ganz so grün ist schon ein bisschen mehr kräftigen mehr farbraum durch ich denke mal durch das hdr wird profitiert der film bisschen und muss ich ganz ehrlich sagen dass mir dort das bild am besten gefallen hat also von der farbe her sag ich jetzt mal von der farbe her ist dort die urd wirklich deutlich besser hat denn den besten wie soll ich sagen wirkt am realistisch sagen wir mal so wirkt am besten am mehr am original an der natur sage ich jetzt an der wirklichkeit dran ist jetzt würde ich jetzt sagen das ist so mein eindruck den ich jetzt hatte von der bildschärfe wir reden hier 4k natürlich schärfes bild wie gesagt wir haben analoges ausgangsmaterial und da muss ich ganz ehrlich sagen ist der erste noch sehr schwammig also hat der erste noch ein sehr ja ist nicht deutsch scharf sagen wir es einfach mal so das steigert sich nachher beim zweiten und dritten die sind schon ein bisschen schärfer was die bildtiefe angeht aber der erste der ist wirklich nicht ich denke mal da wird irgendwo ist dann halt das ausgangsmaterial einfach doch zu schlecht dass man da noch so was extrem scharfes hinkriegt wir haben natürlich noch dieses filmkorn mit dabei ja was man vorher bei analogen halt immer hatte dieses schöne dreckige filmkorn das ist ja auch noch das stört aber nicht das gehört ja einfach zu diesem film dazu das ist einfach so dieser filmkorn das gehört einfach zu diesem film dazu der sie stören der ist perfekt ist man sieht den gut also fastid von mir ist jetzt einfach mal zu der bildqualität ist die urd ist die beste muss man einfach mal sagen dadurch dass die farbgestaltung halt einfach näher in der realität ist sage ich jetzt mal dass die harmonischer ja natürlicher als sagen wir das ist das richtige wort dazu das wie sagt schärfe kann man da nicht mehr so viel rausholen obwohl ich sagen muss dass der teil zwei und drei wie gesagt habe ich nur kurz reingeguckt dass dort doch schon gemerkt dass das bild einfach ein bisschen schärfer noch ist ja das mal so zu sagen dazu also wie sagt für mich wirklich die urd die beste version blue muss man gucken ist für mich ja ich denke mal wenn man den direkten vergleich nicht hat dann fällt das halt einfach nicht auf ja sonst ist das bild und auch schon etwas besser wie die alte blue muss man schon sagen was jetzt die schärfe so ein bisschen angeht haben sie noch ein bisschen was rausgeholt aber wie gesagt der filmkorn ist glaube ich auch noch ein bisschen mehr in dieser in dieser neuen blue fassung ich glaube die war bei der alten haben sie das so ein bisschen weg retuschiert gehabt dass noch mal dazu das war jetzt bei der neuen blue ein bisschen mehr aber wie sagt das das gehört dazu ist auch passend nicht stimmt man muss halt gucken mit der farbe aber ich denke mal wenn man jetzt wirklich sich die neue blue kauft anguckt das fällt einem gar nicht so auf wenn man den direkten vergleichen hat das noch mal dazu ja jetzt soll ich von euch gerne wissen macht ihr das kauft ihr so alte blue ist ich finde jetzt also so alte filme in 4k weil ich finde so bei manchen lohnt sich das wirklich jetzt hier bei rambo wie gesagt mit diesen hdr halt mit diesen neuen farbraumen den sozusagen die urd hat sind filme doch wirklich deutlich besser nachher als auf blu-ray und ich finde wenn das so gut gemacht wird wie hier bei bei rambo lohnt sich das also dann unterstütze ich das auch und würde sagen ja da könnt ihr gerne noch mal mein geld haben ja und ist auch mal wieder geil so eine alten film man hat die zwar alle guckt ja aber auch nicht täglich also ich was heißt täglich jährlich die guckt man alle paar jahre dann mal jetzt ich hätte jetzt auch wieder durch diese veröffentlichung einfach mal wieder bock die ganzen drei teile zu oder alle vier besser gesagt mal wieder zu gucken ja und ja darum finde ich das eigentlich gar nicht so verkehrt finde ich ganz gut und ja ich ja wie gesagt wer es nicht haben will soll es einfach nicht kaufen wie steht denn ihr dazu jetzt würde ich gerne mal wissen wie ist eure meinung dazu meint ihr ach jetzt muss man den ganzen alten dreck noch mal was heißt dreck die ganzen alten film jetzt in 4k dass das lohnt sich doch gar nicht ja ja schreibt mir in den kommentaren was ihr so wie gesagt von dieser sache haltet da muss ich noch dazu sagen was ich auch gut finde dass jetzt langsam so 4k urds die preise so wirklich am fallen sind also man kriegt ja teilweise die filme schon mal im angebot führen für film börsen zum beispiel für 12 13 euro urd-filme haben sie neu sind natürlich manchmal noch sehr sehr teuer oder die steelbooks teil von warner aber von warner sind auch die blu ist die box sehr teuer der ja aber wie gesagt die preise fallen ja fernseher die preise fallen wir haben die oled fernseher die preise fallen das ist gut ja da kann man sich dann wirklich zu hause gut ausrüsten und ja ich finde die film profitieren davon um ja gutes erlebnis für uns zu haben und wie gesagt schreibt mir in den kommentaren was ihr von diesen sachen haltet wie findet ihr die steelbooks wie gesagt wollt ihr so eine alten filme noch mal mehr auf 4k haben und wie gesagt meine meinung kennt ihr dazu ich würde gerne von euch wissen können wir gerne darüber diskutieren in diesem sinne soll es das gewesen sein vielen linken für zuschauen und wir sind beim nächsten video bis dann ciao